Arius Aries war ein christlicher Presbyter aus Alexandria. Nach ihm ist die Lehre des Arianismus benannt. Leben und Lehre Nach Epiphanius von Salamis stammte Arius aus Lybiä, womit wohl die alte römische Provinz Zyrenaike gemeint war. Arius' Familie war bereits christlich und auch recht wohlhabend. Arius, der im Platonismus bewandert war, studierte wahrscheinlich bei Lukian von Antiochia, der als Priester in Antiochia am Ororontes tätig war. Zu Beginn von Kaiser Diokletians Christenverfolgung lebte Arius bereits in Alexandria, wo er von Petros von Alexandria zum Diakon und später von Bischof Achillas zum Presbyter geweiht wurde. Arius vertrat ausgehend von seiner Religionsphilosophischen Bildung die folgenden Lehren bezüglich der Christologie. Dass der Logos und der Vater nicht gleichen Wesens seien. Dass der Sohn ein Geschöpf des Vaters sei. Dass es eine Zeit gegeben hat, als der Sohn nicht existierte, er habe einen Anfang gehabt. Arius vertrat die Lehre, dass es nur einen wahren Gott gebe und dass Jesus Christus ein Geschöpf sei. Das Wesen des Vaters sei ihm unerkennbar. Kurz, Gott Vater und Jesus waren nicht gleichen Wesens. Etwa 318 kam es zu einem Streit zwischen dem Bischof Alexander von Alexandria und Arius, wobei Arius Alexander des Sabelianismus beschuldigte. Von einem Konzil, das Alexander daraufhin einberief, wurde Arius verurteilt und verbannt. Arius hatte jedoch zahlreiche Anhänger und der Streit verbreitete sich von Alexandria über den gesamten Osten. Während Arius bei Eusebius von Nicomedia Zuflucht fand. Da Kaiser Konstantin ein politisches Interesse an einem einheitlichen Christentum hatte, berief er für 325 Dekasekunden erste Konzil von Nicaea ein. Seit seinem Sieg über Maxentius 312 tolerierte und privilegierte er das Christentum. Die Lehre des Arius wurde auf dem Konzil schließlich als her ethisch verurteilt. Dem Schlusswort Konstantins folgend legten sie fest, dass Vater und Sohn gleichen Wesens seien. Arius selbst wurde verbannt. Aber bereits 328 wurde die Verbannung durch den Einfluss des Bischofs Eusebius von Nicomedia wieder aufgehoben, im selben Jahr, in dem Athanasius Bischof von Alexandria wurde. Besonders im Osten wurde das Nicaenum eher negativ aufgenommen. Die Lehren des Arius wurden abgemildert und bald schon gewannen die Arianer im Osten die Oberhand. Allerdings ist der Terminus Ariana sehr unscharf, da darunter in der Folgezeit auch Personen erfasst wurden, die mit den Lehren des Arius kaum etwas zu tun hatten. 335 sollte Arius auf kaiserlichen Befehl voll rehabilitiert werden. Er erklärte sich einverstanden, das Ergebnis von Nicaea zu unterschreiben, das er damals abgelehnt hatte. Bevor er jedoch in Konstantinopel die Kommunion erhalten konnte, starb er sehr plötzlich. Andere Quellen gehen davon aus, dass er von seinen Gegnern vergiftet wurde. Nach dem Bericht des Sokrates Schulastikos habe der Metropolit Alexander von Konstantinopel durch den kaiserlichen Befehl in einen Gewissenskonflikt gebracht, gebetet, dass entweder er oder Arius aus der Welt entfernt würden, bevor Arius zur Kommunion zugelassen würde. Die Auseinandersetzungen brachen mit dem Tod des Arius jedoch nicht ab. Der sogenannte arianische Streit sollte vielmehr die Reichskirche noch das gesamte 4. Jahrhundert beschäftigen. In der Folgezeit kam es auch zu einer Zersplitterung der Arianer. Die Homöosianer, die mit Arius praktisch kaum noch etwas zu tun hatten, sowie die Homöer, die von den Kaisern Konstantius II. und Valens favorisiert wurden und die in der Forschung bisweilen als radikale Arianer bezeichneten an Homöer, siehe Aetios.